Gut, okay, dann legen wir los. Es ist genau Zeit. Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind heute zusammen zu einem weiteren Vortrag über KI und zwar von Professor Hoos, der an der RWTH in Aachen eine von Humboldt-Professor hat. Was ist das? Das ist ein hochkompetitives Verfahren, was nur wenige erreichen und der Gewinner dieses Verfahrens hat dann die Möglichkeit, sich die Universität auszusuchen. Das ist Gott sei Dank der Fall, dass er die RWTH Aachen gewählt hat. Wir haben also, ich habe heute nochmal nachgeguckt, das ist der siebte Vortrag in der KI, den wir heute schon haben. Also Energiewende und KI sind die beiden großen Schwerpunkte dieser Reihe. Kurz zur Vita von Herrn Hoos. Er ist, wie gesagt, Alexander von Humboldt-Professor an der RWTH in Aachen. Er ist ACM Fellow und hat eine ganze Reihe von weitere Fellowships und er kam rechtzeitig nach Aachen zur Gründung des KI-Zentrums. Das hat einen mächtigen, mächtigen Wirbel verursacht, denn wir haben jetzt eine Reihe von wirklich bekannten Leuten in KI und mittlerweile haben sich von anderen Fakultäten 85 Mitglieder bei dem KI-Zentrum eingeschrieben. Also insbesondere nach ChatGPT hat KI nicht nur eine Aufmerksamkeitswelle erlebt, sondern ein Aufmerksamkeits-Tsunami. Und in dem Sinne übergebe ich schnell das Wort, damit er loslegen kann. Allerbesten Dank, Herr Nagel. Ich freue mich sehr, heute Abend bei Ihnen zu sein und zu Ihnen allen sprechen zu können und Ihnen hoffentlich ein paar interessante Sachen über künstliche Intelligenz. Und zwar nicht nur ChatGPT, sondern auch andere Arten von künstlicher Intelligenz zu erzählen. Aber zur Einstimmung, Herr Nagel hat ja schon gesagt, wir haben hier ein tolles KI-Zentrum an der RWTH, das ich netterweise zusammen mit dem Herrn Trimpe auch derzeit leite. Und da wollte ich mit Ihnen gerne eine Sache teilen, die vielleicht einige von Ihnen gesehen haben, die meisten aber vermutlich nicht. Denn es gab hier in Aachen kürzlich die KI-Woche. Das war eine große Veranstaltungsreihe über eine ganze Woche. Und zum Auftakt dieser KI-Woche gab es eine große Überraschung. Sie sehen schon auf diesem Bild hier, ungefähr 500 bis 600 Leute waren zu dieser Überraschung da. Aber ich vermute, einige von Ihnen gehörten nicht dazu. Und deswegen möchte ich Ihnen diese Überraschung nicht vorenthalten. Die hat nämlich auch was mit KI zu tun. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Dauert ungefähr eine Minute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Genau. Was Sie da gesehen haben, war eine relativ beeindruckende Drohnenshow. Und diese Drohnenshow, mit der haben wir die KI-Woche eröffnet. Drohnen sind kleine, semi-autonome Fluggeräte. Und wie Sie sich vielleicht vorstellen können, jeder von diesen Lichtpunkten eine Drohne, 150 davon am Himmel, da braucht man schon eine ganze Menge intelligenter Steuerung, damit es dazu keine Kollisionen kommt. Und man diese schönen Muster auch bei nicht ganz windstillen Verhältnissen tatsächlich erzeugen kann. Hat also einiges mit KI zu tun. Und zwar mit einer Art KI, wo es vor allem auch um Sicherheit und Robustheit geht. Dazu mehr jetzt gleich im Vortrag. Ich möchte das Ganze anfangen mit einem Zitat des berühmten Schriftstellers und Piloten Antoine de Saint-Exupery. Ich übersetze das gleich mal ins Deutsche für diejenigen, die das Französische jetzt nicht ganz so gut lesen. Was die Zukunft betrifft, so geht es nicht darum, sie vorherzusehen, sondern sie möglich zu machen. Das ist ein Motto, was sicherlich zur RWTH ganz gut passt, passt aber auch sehr gut zur KI. Es gibt hier ein anderes schönes Zitat von vor ein paar Jahren. Künstliche Intelligenz ist die Zukunft nicht nur für Europa, sondern für die Menschheit. KI bringt enorme Chancen, aber auch Risiken, die schwer abschätzbar sind. Wer in diesem Bereich die Führung übernimmt, wird die Welt beherrschen. Klingt interessant, auch vielleicht ein bisschen beunruhigend. Und das wirkliche Zitat klingt noch ein bisschen beunruhigend. Das ist nämlich nicht so, sondern da ging es um Russland. Und das hat der Herr Putin gesagt schon am 1. September 2017. Mehr als drei Jahre vor Chat-GPT. Mehr als ein Jahr, bevor man in Europa angefangen hat, wirklich ernsthaft über KI nachzudenken. Und das sollte einem zu denken geben. Das ist jetzt nicht unbedingt jemand, vor dem man großen Respekt haben muss, der Herr Putin. Aber es ist jemand, der augenscheinlich in die Zukunft geschaut hat, in einer gewissen Art und Weise und etwas gesehen haben, was mittlerweile jetzt alle sehen können. Nämlich, dass KI enorme Chancen, enorme Risiken hat und ganz sicherlich ein ganz wichtiger Faktor sein wird in den geopolitischen Veränderungen der nächsten Jahrzehnte. Aber was ist KI überhaupt? Sie haben vorher schon Vorträge zu dem Thema gehört. Trotz allem möchte ich mit Ihnen kurz meine Definition teilen, weil nämlich zum Thema KI es ganz viele verschiedene Definitionen gibt, die sich zum Teil auch widersprechen. Und ich denke, da ist es gut, wenn Sie mal eine Definition von jemandem sehen, der sich technisch mit diesem Thema jetzt bereits seit über 25 Jahren auseinandersetzt. Und nach dieser Definition ist KI sind Algorithmen und Systeme, die menschliche Wahrnehmung, Sprach- und Denkprozesse nachbilden, unterstützen oder auch übertreffen können. Die auf der Grundlage großer oder auch kleiner Datenmengen lernen, Schlussfolgerungen ziehen und Vorhersagen treffen. Die menschliche Wahrnehmung replizieren oder verbessern. Und dann auch Menschen bei der Diagnose, Planung, Zeitplanung, Ressourcenzuweisung und Entscheidungsfindung unterstützen können, die physisch und intellektuell mit Menschen und anderen KI-Systemen kooperieren können. Das sind alles wichtige Aspekte. Und aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich KI-Systeme ganz besonders gut, besser als alle anderen technischen Systeme zur Automatisierung und Delegation. Und darin liegt die Macht dieser KI-Systeme und das Potenzial. Ich finde, es ist immer wichtig, nicht nur in die Zukunft zu gucken, sondern auch ein bisschen in die Vergangenheit. Daraus können wir viel lernen und auch viele Fehler vermeiden. Und die Geschichte der KI scheint kurz zu sein, aber ganz so kurz ist sie dann doch nicht. Die KI ist nämlich einer der großen Menschheitsträume, so wie der Traum vom Fliegen. Und dieser Menschheitstraum ist es, denkende Maschinen zu bauen, zu ersinnen und dann zu realisieren. Und dieser Traum geht bis weit in die Antike. Aber zum ersten Mal wirklich ernsthaft angegangen hat es Ramon Lull im Mittelalter. Der hat eine famose Argumentationsmaschine entwickelt, in der es im Wesentlichen um die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge ging, um die Mechanisierung der Logik. Ramon Lull war natürlich Geistlicher. Zu dem Zeitpunkt haben sich vor allem Geistliche mit der Wissenschaft auseinandergesetzt. Dann natürlich einige hundert Jahre später Gottfried Wilhelm Leibniz, einer der Väter unserer abendländischen Wissenschaft. Er hatte die Idee, dass man durch logisches Argumentieren jeden Streit schlichten und beilegen sollte. Jedes wissenschaftliche und auch weniger wissenschaftliche Argument entscheiden können sollte. Der berühmte Ausbruch auf Lateinisch heißt Kalkulemus, lasst uns berechnen. Und der wissenschaftliche Apparat, das Konzept, was er dazu entwickelt hat, ist der sogenannte Kalkulus Ratiozinator. Den kann man als Vorläufer des modernen logischen Schließens, den der modernen Logik. Als nächstes dann, schon im Zeitalter der Dampfmaschinen, Ada Loveless, die berühmterweise geschrieben hat, Computers might act upon other things beside numbers, might compose elaborate and scientific pieces of Musik. Also Computer sollen sich nicht nur mit Zahlen beschäftigen können, sondern zum Beispiel auch mit dem Komponieren von wissenschaftlichen und komplexen Stücken von Musik. Und Ada Loveless war inspiriert von der Entwicklung ihres Zeitgenossen und Landsmannes Charles Babbage, der als der wirkliche Erfinder des Computers gelten muss. Denn Babbage hat als erstes eine Maschine konzipiert, die, wenn sie gebaut worden wäre, tatsächlich ein universeller Computer gewesen wäre. Natürlich kein elektronischer, sondern einer, der auf rein mechanischen Prinzipien basiert und der auch durch Pferde, Esels oder Menschenkraft angetrieben wurde. Oder vielleicht sogar durch eine Dampfmaschine, aber eben nicht durch Elektrizität. Aber im Prinzip hätte diese Maschine auch alles berechnen können, was moderne Computer berechnen, heutzutage berechnen können. Und dann natürlich Alan Turing, von dem viele von Ihnen vielleicht schon mal was gehört haben, der im Jahre 1950, vier Jahre vor seinem tragischen und viel zu frühen Tod, einen Aufsatz zum Thema Kern-Machine-Stink geschrieben haben. Und das Leben von Turing und insbesondere auch seine Gedanken zum Thema künstliche Intelligenz, die ganz grundlegend waren, sind ja dann in dem Hollywood-Film The Imitation Game vor einigen Jahren sehr prominent und auch aus meiner Sicht sehr gut verarbeitet worden. 1965 ging es dann wirklich los mit der KI, auch unter dem Namen KI. Und da hat Herbert Simon, ein Nobelpreisträger, natürlich weder in der Informatik noch in der Mathematik, denn bei uns gibt es ja keine Nobelpreise, sondern in den Wirtschaftswissenschaften, aber einer der ganz großen Informatiker seiner Zeit, berühmterweise geschrieben, Maschinen werden fähig sein, innerhalb der nächsten 20 Jahren jede Art von Arbeit zu tun, die auch Menschen tun können. Damals noch ein bisschen sexistischer ausgedrückt, aber das hat er vorhergesehen. Natürlich hat das mit den 20 Jahren nicht ganz hingehauen. Hier ist Herbert Simon, ein Schachspieler, der natürlich auch als Schachspieler als eine dieser Aufgaben gedacht hat. Und Computer sahen damals ungefähr so aus. Das war so die Größenordnung, ein ganzer Raum voller Maschinen. Und was man damals in so einem Raum voller Maschinen für das heutige Äquivalent von Millionen von Euros oder Dollars hatte, das haben wir heute an Rechenkraft am Handgelenk. So, wie wird KI unsere Gesellschaft verändern? Das ist nicht das Hauptthema für heute, aber ich möchte das trotzdem deutlich sagen. Ganz grundlegend. Und warum ist das so? KI verändert alles. Und warum ist das so? Also, naja, KI ist genau wie auch Intelligenz eine Kombination aus Lernen und logischem Schließen und noch einigen anderen Ingredienzchen ist. Aber auf das Lernen und logisches Schließen möchte ich mich heute konzentrieren, weil das auch ein wichtiges Thema in der KI ist. So ist KI eine Kombination aus maschinellem Lernen und automatischem Schließen, sollte es zumindest sein. Aus Analogie, Intelligenz, Lernen und logisches Schließen, KI, maschinelles Lernen und automatisches Schließen. Das sind zwei sehr, sehr wichtige Felder in der KI. So, was ist maschinelles Lernen? Maschinelles Lernen ist die automatische Anpassung von mathematischen Modellen oder Computerprogrammen an gegebene Anwendungssituationen, also an Daten. Und insbesondere ist maschinelles Lernen die Erzeugung von Vorhersagemodellen aus Daten, zum Beispiel in der Gesichtserkennung, auch Erkennung von Sprache, beim Detektieren von Kreditkartenmissbrauch, bei der Wettervorhersage. Und wir wissen, das ist nicht immer hundertprozentig genau und präzise, aber es funktioniert in der Regel gut genug, um nützlich zu sein in all diesen Fällen. Maschinelles Lernen basiert auf Methoden aus der Statistik und Optimierung. Da stecken im Prinzip mehr als 50 Jahre relativ komplexer Mathematik dahinter, um maschinelles Lernen, so wie wir es heute kennen, möglich zu machen. Ein Beispiel, was mir besonders selbst am Herzen liegt, weil es auch aus meiner Arbeitsgruppe in dem Fall kommt, ist die Vorhersage der Giftigkeit von Chemikalien auf aquatische Lebewesen. Also Fische, einfache Wasserpflanzen und Einzeller, die so im Wasser leben. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil man solche Arten von Vorhersagen benutzt, wie wir gleich noch genauer erfahren werden, um zum Beispiel Tierversuche bei der Entwicklung von Kosmetika, bei der Entwicklung von Shampoos und lauter solchen Sachen, um Tierversuche dort einzusparen. Worum geht es hier? Es geht um die automatische Konstruktion eines Vorhersagemodells aufgrund experimenteller Daten. Das nennt man Training. Und dieses Vorhersagemodell soll sagen, für eine neue chemische Substanz, ist das giftig für dieses Wasserleben oder ist es nicht giftig? Dann überprüft man das Modell auf bekannten Daten, die aber nicht in der Konstruktion verwendet wurden, also unabhängigen neuen Daten. Das nennt man Testing. Und dann kann man dieses Modell aufgrund von Ähnlichkeiten zwischen Organismen, also zum Beispiel verschiedenen Arten von Fischen, kann man das verbessern. Und das nennt man Meta-Learning. So, und das dann bedeutet, dass man bei der Beurteilung dieser Substanzen, die man zum Beispiel beim Duschen in den Abfluss spült, kann man verurteilen, ob die giftig sind oder nicht für die Meereslebewesen. Denn natürlich landet das Wasser erst in der Kläranlage, dann in den Flüssen und dann schließlich im Meer. Und das bedeutet weniger Laborversuche an Lebewesen und erhebliche Kosteneinsparungen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, was maschinelles Lernen uns bringen kann. Ich sagte maschinelles Lernen, automatisches Schließen. Was ist automatisches Schließen? Sie haben sicherlich alle schon mal gehört, vielleicht sogar in der Schule, dass es sogenannte Syllogismen gibt. Das sind altbekannte, antike Schlussregeln, die einem was darüber sagen, wie man gültige logische Schlüsse zieht. Und hier ist vielleicht der berühmteste davon, alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch und deswegen ist Sokrates auch sterblich. Diese Art von Schlussregel funktioniert auch im folgenden Fall. Alle Vögel können fliegen, alle Pinguine sind Vögel und Pinguine können daher fliegen. Stimmt aber nicht, Pinguine können nicht fliegen. Die Schlussregel ist trotzdem richtig, aber es ist eben einfach nicht richtig, dass alle Vögel fliegen können. Und natürlich kann man aus einer falschen Prämisse allen möglichen Unsinn schlussfolgern. Und das passiert auch in der KI. Das läuft im Englischen unter dem Motto Garbage in, Garbage aus. Röhnt mit Müll rein, kommt auch Müll nachher raus. Beim logischen Schließen ist das nicht anders. Es gibt viele Figuren in der Fiktion und auch im wirklichen Leben, die durch ihre logische Schlussfähigkeit oder Schließfähigkeiten Berühmtheit erlangt haben. Hier haben wir Sherlock Holmes, Mr. Spock und Miss Marple. Sicherlich Figuren, die dem einen oder der anderen von Ihnen gut bekannt sind. Und natürlich berühmt man auch Albert Einstein nicht wegen seiner Lernfähigkeit, sondern eher wegen seiner logischen Schlussfähigkeit aufgrund von und Beobachtungsfähigkeit. Wobei bei Einstein war es eher die theoretische Physik. Da hat es also viel mit Schließen zu tun und ein bisschen weniger mit Beobachten. Ein gutes Beispiel für automatisches Schließen, auch wiederum was, was wir in unserer Gruppe erforschen, ist die korrekte Funktion von Computer-Hardware. Also den Arten von Chips, die nicht nur in Laptops sind, sondern auch in Handys, in Autos, in Flugzeugen. Denn Computer sind Logikmaschinen. Diese Chips sind Logikmaschinen, nicht wahr? Innen drin passiert alles mit Nullen und Einsen. Das haben Sie sicherlich alle schon mal gehört. Und deswegen kann die Funktion von Computer-Hardware durch logische Formeln beschrieben werden. Und zwar präzise und vorhersagbar. Die korrekte Funktion und Fehlerfreiheit, also das Nicht-Auftreten oder die Unmöglichkeit bestimmter Fehlerzustände, zum Beispiel Speicherüberläufe oder falsche Zugriffe auf Speicher, auf denen man gar keinen Zugriff haben sollte, kann man dann durch automatisches Beweisen von bestimmten logischen Formeln beweisen. Und diesen Beweis kann man automatisch führen. Den muss man sogar automatisch führen, weil den mit der Hand zu führen, wäre absolut unrealistisch bei der Art von Komplexität von Hardware, die wir heute so haben und auch brauchen. Und damit sind KI-Methoden zum automatischen Schließen routinemäßig im Einsatz beim Nachweis der Fehlerfreiheit von Computer-Hardware und zunehmend auch Software. Nun werden Sie sagen, Software ist aber nicht federfrei, die hat Bugs, das ist auch richtig. Das hat was damit zu tun, dass diese automatischen Federfreiheitsnachweise enorm rechenintensiv sind und mit derzeitigen Methoden man das für große Stücke Software, wie zum Beispiel die Microsoft Office Software, noch überhaupt gar nicht machen kann. Aber man kann es für zum Beispiel kleine Module von Steuersoftware, von Flugzeugen und Autos tun und genau dort wird es auch eingesetzt. So, Künstliche Intelligenz ist also maschinelles Lernen und automatisches Schließen. Beides ganz, ganz wichtig. Künstliche Intelligenz ist aber auch zunehmend die automatisierte Erstellung von Computer-Software. Warum ist das wichtig? Weil Computer-Software heute in fast allen drinsteckt, in fast allen technischen Systemen und auch in vielen Systemen, von denen wir es gar nicht denken. Zum Beispiel in unseren Waschmaschinen, in anderen Haushaltsgeräten, in Spielzeug. Ob wir das gut finden, ist eine andere Frage. Aber Computer-Software ist da drin und läuft da drin. Und der größte Flaschenhals bei der Erstellung von Software ist in der Tat der Mensch. Das ist die eingeschränkte Verfügbarkeit von Programmiererinnen und Programmierern, von Leuten, die das wirklich gut können. Können Sie bei jedem Industrieunternehmen in Deutschland zurzeit nachgucken. Programmierer gesucht. Wenn man Teile dieser Aufgabe automatisieren kann, dann hat man natürlich enorme Vorteile. Und genau deshalb ist Künstliche Intelligenz in dieser Rolle auch der Schlüssel zum Fortschritt in allen Wissenschaften und allen Ingenieur-Disziplinen. Ich würde vorsichtig voraussagen, dass innerhalb der nächsten 20 Jahren es im Wesentlichen kaum noch Fortschritt in irgendeiner Wissenschaft und in irgendeiner Ingenieur-Disziplinen gibt, wo nicht in irgendeiner Art und Weise KI-Systeme zumindest mit beitragen. Mit beitragen. Das nicht ausschließlich machen, aber eben mit zum Einsatz kommen. Genauso wie heute Computer zum Einsatz kommen. Genauso wie vor 50 Jahren mathematische Methoden zum Einsatz gekommen sind. Und das natürlich auch immer noch tun. KI ist damit eine Schlüsseltechnologie nicht nur für besseres Forschen und besseres Entwickeln, sondern vielleicht sogar und hoffentlich für eine bessere öffentliche Verwaltung und, so meine ich, für die Lösung der großen Probleme unserer Zeit. Die Pandemie leider immer noch nicht ganz ausgestanden und die nächste kommt leider auch bestimmt. Klimawandel, meines Erachtens das größte Problem dieser Generation und wahrscheinlich auch der folgenden, Ressourcenverteilung und viele andere. Bei all diesen Problemen ist KI nicht der Schlüssel, aber ein Schlüssel zur Lösung. Ein ganz wichtiges Werkzeug. Jetzt kommen wir zur generativen KI. Darüber wollten wir ja heute ein bisschen ausführlicher reden. Generative KI, sowas wie ChatGPT, nicht wahr? Dabei geht es vor allem um die Interaktion in natürlicher Sprache, was diese Systeme dann natürlich breit verfügbar und auch breit zugänglich macht. ChatGPT ist ein gutes Beispiel dafür. Die sind nicht nur breit verfügbar, sondern auch breit einsetzbar. Die sind nicht wie viele andere technische Systeme sehr eng beschränkt in dem, was man mit ihnen machen kann, sondern im Prinzip kann man mit generativer KI erst mal über alles reden. Nicht zu allem hat sie dann auch was Vernünftiges zu sagen, aber natürlich gibt es da erst mal keine Einschränkung. Und generative KI ersetzt auch zunehmend menschliche Fähigkeiten und Expertise und das bereitet natürlich vielen Menschen begreiflicherweise auch Sorgen. Zum Beispiel konnte man früher, also im Sommer, im Münchner Merkur lesen, ChatGPT, KI könnte Millionen Jobs vernichten und dann hat man darüber geschrieben, welche Berufe besonders betroffen sind und hat im Wesentlichen, ist zu dem Schluss gekommen, dass laut einer Studie von der US-Bank Goldman Sachs, die natürlich damit beschäftigt ist, die Zukunft vorherzusagen, um daraus Gewinn zu schlagen, nicht wahr? Also da sind gute Vorhersagen sozusagen Gold wert im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben vorhergesagt, dass bis zu 300 Millionen Arbeitsplätze, Vollzeitarbeitsplätze weltweit durch KI ersetzt werden könnten. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie viele das in Europa werden, wie viele in Deutschland. Das ist natürlich schon ein Grund zur Sorge. Man könnte ChatGPT mal selber fragen, was das für Berufe sind. Und hier ist die englische Antwort, die habe ich natürlich auch von ChatGPT mal aufs Deutsche übersetzen lassen. Und was man dann hat, ist sowas wie Kundendienstmitarbeiter, Datenverarbeitungsfachkräfte, aber auch Textautoren, Übersetzer, Transkriptionisten, Buchhalter und Wirtschaftsprüfer. Und das sind alles Berufe, von denen man vor ChatGPT nicht gedacht hätte, dass sie so schnell durch Automatisierung in ihrer Substanz gefährdet sind. ChatGPT ist dabei in aller Munde eigentlich noch nicht mal seit einem Jahr. Also der Jahrestag von ChatGPT ist, glaube ich, morgen, dass es öffentlich verfügbar wurde. Seit November 2022 ist das als von Microsoft ein OpenAI entwickeltes generatives Sprachmodell weit verfügbar. Öffentlich, das frei verfügbar hat ein kleines Sternchen dran, weil es gibt durchaus einige Länder weltweit. Italien gehörte auch mal kurz dazu, mittlerweile aber nicht mehr. Russland gehört immer noch dazu, wo ChatGPT nicht öffentlich verfügbar ist, sondern sogar verboten ist und blockiert ist. Es basiert auf einem großen neuronalen Netzwerkmodell, einem sogenannten Generative Pre-Trained Transformer, deswegen auch GPT, Generative Pre-Trained Transformer, dafür steht das. Und das Schlüsselkonzept ist eins, von dem Sie, glaube ich, gar nicht, wenn Sie es noch nie vorher gehört haben, fassen können, dass das das Konzept hinter ChatGPT ist. Es ist nämlich ganz einfach. Es geht dabei im Grunde nur um die statistische Vorhersage des nächsten Wortes im beliebigen Text. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas zu Ihnen sage und dann plötzlich im Satz stehen bleibe, dann können Sie das nächste Wort erraten. Und das kann ChatGPT auch. Und nicht nur das nächste, sondern auch das übernächste und überübernächste. Wenn Sie also einen Prompt in ChatGPT eingeben, dann versucht ChatGPT einfach nach diesem Prompt weiterzuschreiben. Was ist das wahrscheinlichste Wort, was als erstes in der Antwort steht zum Beispiel? Und natürlich ist das jetzt erst mal erstaunlich, dass das so gut funktioniert, aber das ist wirklich das grundlegende Prinzip. Und dass es so gut funktioniert, hat eine Menge damit zu tun, wie genau man diese statistische Vorhersage macht und auf welcher Datenbasis. Und dazu sollte man sich kurz daran erinnern, was ein neuronales Netzwerk ist. Das ist nämlich die zugrunde liegende Technologie. Die ist lose, aber wirklich nur ganz lose, von einem vereinfachten Modell des menschlichen Gehirns inspiriert. Man versucht nicht, das Gehirn nachzubauen. Man ist ganz lose inspiriert davon. Was hat man hier? Man hat hier sogenannte künstliche Neuronen. Hier ist so eins. Und dieses künstliche Neuron, das kriegt Eingänge von ein paar anderen künstlichen Neuronen oder Eingaben, Pixels in einem Bild, Eingaben von einem Mikrofon, Buchstaben in einem Text, kann alles Mögliche sein. Diese Eingaben werden gewichtet mit Gewichten W1 und W2 hier und dann aufsummiert. Das ist also einfach eine gewichtete Summe dieser Eingaben. Dann wird eine nicht-lineare Transformation darauf ausgeführt. Das gehen wir mal nicht ins Detail. Das ist eine relativ einfache mathematische Funktion. Und das gibt uns dann eine Aussage. Und so macht dieses Neuron aus einem X1 und einem X2 ein Y. Und X1 und X2 müssen nicht unbedingt Zahlen sein, sind aber in der Regel schon Zahlen. So, das sind neuronale Netze. Natürlich im Netz wird es erst, wenn man mehrere dieser Dinger zusammenschaltet. Und so sieht das dann aus. Hier hat man eine Menge von Eingaben. Man könnte es jetzt zum Beispiel vorstellen, Pixel auf dem Bildschirm. Könnten aber auch Zahlen in der Rechenaufgabe sein, Buchstaben in einem Wort, Worte in einem Text. Lauter solche Sachen. Hier hat man sogenannte Hidden Layers. Die heißen Hidden, weil man sie weder von außen noch von innen sehen kann. Die sind halt zwischendrin. Jedes von denen macht diese gewichteten Summen und wendet dann die nicht-lineare Transformation an. Und dann macht man das in mehreren Stufen. Also zum Beispiel, wenn man das Ergebnis hier hat, dann geht dieses Ergebnis als Eingabe dafür hier drüben, diese nächste Schicht. Und am Ende hat man eine Ausgabeschicht, die einem dann ein oder mehrere Ausgaben liefert. Im Falle von ChatGPT könnten das zum Beispiel die Worte sein, die dann als nächstes ausgegeben werden. So, nun ist natürlich die Frage, was kann man mit neuronalen Netzwerken machen? Es gibt ein mathematisches Resultat, ganz berühmt, das sagt er auf Englisch, can approximate any function, kann jede Funktion approximieren, jede beliebige Funktion. Das Netz muss nur groß genug sein. Und im Fall von ChatGPT sieht die Grobarchitektur von dem Netz so aus. Das ist aus einer der Original-Publikationen aus dem Jahre 2017, die die sogenannte Transformer-Architektur beschreibt, die ChatGPT in veränderter Form zugrunde liegt. Ich werde jetzt nicht erklären, was jedes einzelne Modul hier bedeutet, aber im Wesentlichen stehen hinter diesen farbigen Modulen Teile eines großen neuronalen Netzwerks. Ja, gut. Derzeitige generative KI-Systeme basieren auf überwachten maschinellen Lernen mithilfe dieser Transformer-Modelle aus enormen Datenmengen. Da ist alles aus Wikipedia drin, da sind viele Bücher drin, Fachzeitschriften, aber auch Nachrichtenartikel und soziale Medienposts von Twitter zum Beispiel. Und aus dem letzten sehen Sie schon, dass da sicherlich auch eine ganze Menge fragwürdiges Zeug und eine Menge Unsinn drin ist. Und jetzt denken wir wieder an Garbage in, Garbage out. Das sollte uns dann auch schon darauf vorbereiten, dass natürlich auch vielleicht aus ChatGPT eine Menge Unsinn rauskommen kann, da es auf eine Menge Unsinn trainiert ist. Nicht nur auf Unsinn, aber auch auf manchen Dingen, die eben auch fragwürdig oder vielleicht sogar nach geradezu bösartig und falsch sind. Das reicht aber nicht. Überwachtes Maschinen, maschinelles Lernen reicht nicht. Man braucht dazu noch bestärkendes Lernen von menschlichen Reaktionen. Das heißt im Englischen Reinforcement Learning from Human Feedback oder RLHF. Und bei ChatGPT hat man das gemacht durch die Ausbeutung von Hunderten und Tausenden billiger Arbeitskräfte in Afrika. Also eine ethisch höchst fragwürdige Geschichte. Wenn also irgendjemand erzählt, ChatGPT ist durch ewigen Einsatz von Rechenzeiten erzeugt worden, dann ist das nur zum Teil richtig. Da steckt auch ganz viel menschliche Arbeitskraft drin. Und zwar nicht nur von den Wissenschaftlern, die das Modell entwickelt haben, das Transformer-Modell und trainiert haben, sondern eben auch durch diese billigen Arbeitskräfte, die ausgebeutet wurden, zum bestärkenden Lernen von menschlichen Reaktionen. Und was diese Leute gemacht haben, ist im Wesentlichen, die haben mit ChatGPT gearbeitet, geguckt, wenn ich jetzt irgendwas reingebe, was kommt raus und dann bewertet, ist das gut oder nicht. Und haben auch sich Eingaben und Ausgaben von anderen angeguckt und gesagt, ist das gut oder nicht. So, was können ChatGPT und ähnliche Modelle und was können sie nicht? Und da ist die Geschichte so ein bisschen wie in dem berühmten amerikanischen Film The Good, The Bad and The Ugly, also die guten, die schlechten und die nachgerade zu hässlichen Neuigkeiten gibt es hier. Die guten Neuigkeiten oder die guten Fähigkeiten sind, ChatGPT und ähnliche Modelle können qualitativ sehr hochwertige Sprache erzeugen. Und weil bei Menschen die Erzeugung qualitativ hochwertiger Sprache, also das sich gewählt ausdrücken, häufig korreliert mit dem Bildungsstand und auch mit der Intelligenz und mit der intellektuellen Leistungsfähigkeit, schätzt man auch sehr schnell die intellektuelle Leistungsfähigkeit von ChatGPT sehr hoch ein, durch diese hochwertige Sprache, durch das sich gewählte Ausdrücken. ChatGPT kann recht gute Dialoge erzeugen, kann auch mit Menschen gut in Dialog treten. Es kann Texte übersetzen, häufig ganz vernünftig, nicht so gut wie eine richtig gute Übersetzerin oder Übersetzer, aber schon sehr ordentlich als Arbeitsgrundlage. Und es kann relativ einfache und manchmal auch kompliziertere Fragen auch manchmal ganz gut beantworten. Also nützlich. Jetzt kommen wir zum Schlechten. Was kann es nicht so gut oder was macht es nicht so gut? Es gibt das Problem der Halluzination, Pseudofakten, Falschheiten, die von ChatGPT behauptet werden, logische Falschheiten, faktische Falschheiten, historische Falschheiten, Dinge, die einfach nicht stimmen. Woher kommt das? Es ist ein statistisches Modell. Aus statistischen Modellen kann man nicht nur Wahrheiten erzeugen. Statistik kann auch Falschheiten erzeugen. Und zwar unter anderem einfach deshalb, wenn man statistisch gesehen viele Male den Würfel wirft und viele Male bestimmte Ausgabetexte erzeugt, dann machen die nicht immer alle Sinn. Und genau das macht ChatGPT eben auch. ChatGPT hat Stereotypen und Vorurteile, unter denen es leidet und die es auch weitergibt. Und das hat was damit zu tun, dass Stereotypen und Vorurteile in der Datengrundlage, auf der es trainiert wurde und auch in dem Human Reinforcement Learning vorhanden waren. Und ChatGPT hat einen Hang zur Mittelmäßigkeit, weil statistisch gesehen es auf eine Art Durchschnittsbildung über den Daten, mit denen es trainiert wurde und den menschlichen Eingaben, mit denen es trainiert wurde, weil es da auf eine gewisse Art Mittelwertbildung basiert. Und dann kommen wir zu den ganz problematischen Dingen. ChatGPT ist unfähig zum logischen Schließen. Es kann logisches Schließen schlecht simulieren. Dieser Syllogismus, den ich am Anfang gemacht habe, den kennt GPT, aber nicht, weil es logisch schließen kann, sondern weil der irgendwo in der Datenbasis schon mal auftaucht. Es kann ein kleines bisschen generalisieren darüber hinaus, aber es kann nicht die logische Schlussregel anwenden, außer es ist mit Literatur trainiert worden, die diese logische Schlussregel und ihre Anwendung enthält. Und jetzt könnte man sagen, gut, dann füttern wir alle Logikbücher rein und dann sollte das das auch können, aber so einfach ist es nicht. Denn dazu braucht es nicht nur die Kenntnis der Logikbücher, sondern es braucht auch ein Verständnis der Anwendung dieser Regeln. Und das kriegt man daraus eben nicht automatisch. Und was auch sehr problematisch ist, es gibt eine grobe Fehleinschätzung der Leistungsfähigkeit und Grenzen, nicht nur von ChatGPT gegenüber sich selber. Sie können ChatGPT fragen, was es kann und was es nicht kann. Und manche Sachen beantwortet es ganz vernünftig, hauptsächlich wegen des Reinforcement Learning based on Union Feedback übrigens. Aber es gibt auch eine ganze Menge wirklich grober Fehleinschätzung und noch schlimmer, ChatGPT verleitet aufgrund seiner gewählten Ausdrucksfähigkeit und auch aufgrund des Marketings, das leider dahinter steckt, denn immerhin handelt es sich um eine kommerzielle Entwicklung. Es gibt auch viel grobe Fehleinschätzung zum Thema ChatGPT bei Menschen und bei menschlichen Anwenderinnen und Anwendern. Gut, und einige dieser auch durchaus sehr übertriebenen Einschätzungen liegen jetzt auch aufrufen wie diesem hier zugrunde, dass man sich große Sorgen über KI-Technologie machen sollte. Ich würde persönlich sagen, ich habe diesen übrigens selber auch mit unterschrieben, nicht weil ich denke, dass die derzeitige Technologie diese Art von Problemen verursachen kann, sondern weil es durchaus denkbar ist, dass weiterentwickelte Technologie solche Probleme verursachen könnte, und es nie wirklich zu früh ist, sich darüber Gedanken zu machen. Aber die wirklichen Gedanken, die man sich machen sollte, sind andere. Nun ist es so, dass in der Öffentlichkeit künstliche allgemeine Intelligenz stark diskutiert wird, unter anderem, weil das Unternehmen, was ChatGPT produziert hat, OpenAI, sich auf die Fahne geschrieben hat, ganz offiziell, AGI, Artificial General Intelligence, künstliche allgemeine Intelligenz zu erzeugen, also starke KI. Worum geht es dabei? Es geht um die Abdeckung aller Aspekte menschlicher Intelligenz. Es geht um das Ziel, alle intellektuellen menschlichen Fähigkeiten vollständig nachzubilden. Und die Folge wäre natürlich, dass Menschen in allen intellektuellen Tätigkeiten auch vollständig ersetzt werden könnten. Also zum Beispiel auch ich, Herr Nagel und Sie alle. Und das ist natürlich eine Zukunft, die nicht so besonders nett ist. Denn wenn das passiert, was passiert, dann sitzen wir dann am Strand und freuen uns nicht wirklich. Denn es ist bekannt aus der Psychologie, dass der Mensch einen guten Teil seines Bewusstseins darüber, seiner Selbstwertschätzung darüber erfährt, dass er nützlich ist. Und nützlich wären wir dann nicht mehr, wenn wir vollständig ersetzbar sind. Das heißt, das wäre nicht nur nicht wünschenswert, sondern es wäre auch gefährlich, weil natürlich solche Systeme sich auch nur sehr schwer kontrollieren ließen. Auf der anderen Seite ist das zurzeit sehr unrealistisch. Alles, was man von OpenAI zu dem Thema hört, dass man ganz kurz davor steht, zum Beispiel, ist aus meiner fachkundigen Hinsicht völliger Unsinn. Wir sind relativ weit davon entfernt, trotz allem. Genauso wie es gut ist, dass sich manche intelligenten Leute Gedanken über einen möglichen Asteroideneinschlag auf der Erde, der irgendwann mit Sicherheit passieren wird, aber hoffentlich nicht innerhalb der nächsten tausende Jahren, sondern vielleicht innerhalb der nächsten hunderttausend oder Millionen von Jahren. Genauso sollte man sich auch über künstliche allgemeine Intelligenz gewisse Gedanken machen. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass man manchmal schneller bestimmte Entwicklungsstufen erreicht in der KI, als sich das selbst die Expertinnen und Experten so träumen lassen. Ich hätte auch sowas wie ChatGPT 2021 noch nicht vorhergesagt. Und dann 2022 war es schon da. Was uns aber viel mehr zu denken geben sollte, ist dieses hier. Das ist ein Artikel aus der Huffington Post, eine relativ interessante Publikation, wo man auch hin und wieder mal technisch sehr interessante Artikel ließ, oft auch ein bisschen gesellschaftskritisch. Und hier heißt es, als Software-Testerin stelle ich die Sicherheit von selbstfahrenden Autos, von autonomen Autos in Frage. Und diese Patricia Hurtmann, die ist eben eine Software-Testerin. Und das ist deren Profession. Und die sagt, aus ihrer fachkundigen Sicht sind wir einfach in Bezug auf Software-Korrektheit überhaupt gar nicht so weit, dass wir auch nur sicherstellen können, dass solche Systeme vernünftig funktionieren. Und das ist ein Beispiel für dringlichere KI-Risiken. Zum Beispiel problematischer Einsatz von KI-Systemen zur Desinformation, Manipulation, auch von politischen Prozessen, Überwachung. Davon haben Sie, glaube ich, in einem der vorhergehenden Vorträge schon mal was gehört. Ich möchte es also nicht vertiefen. Natürlich KI-Risiken auch zum Thema Arbeitsplatzverlust und soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeit. Aber, und das ist ganz besonders wichtig, auch der Kompetenzmangel bei der Entwicklung, Anwendung, Einschätzung und Regulierung von KI ist ein wirkliches Problem. Weil die allermeisten KI-Experten, und von denen gibt es gar nichts zu viele, die können sich vor Arbeit und Anfragen gar nicht retten. Und was passiert dann, wenn es einen größeren Bedarf als ein Angebot gibt an KI-Experten und Expertinnen und Experten? Dann werden Leute, die halt erst vorgestern oder gestern oder gestern Abend zu KI-Experten geworden sind, die werden dann befragt. Und das hat natürlich gewisse Probleme, die das mit sich bringt. Gleichzeitig gibt es bei der KI Chancenunabendigkeiten, auch bei der Art von KI, die wir mit Chat-GPT haben. Und zwar in der Medizin im Gesundheitswesen, im Transportwesen, bei nachhaltigen Wirtschaften, in der Ingenieurskunst, ganz wichtig, in der Wissenschaft inklusive der Geistes- und Sozialwissenschaften und insbesondere beim Klimawandel. Und hierzu möchte ich ganz deutlich sagen und hatte auch zum Glück die Gelegenheit, dass unsere Landesregierung direkt in einem Gespräch während der Kabinettsklausur im Sommer zu sagen, hier brennt es wirklich und hier ist KI auch wirklich gefragt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Art von Nachrichten gesehen hat, aber ehrlich gesagt, dieses Diagramm ist das, was finde ich jeden und jede zum Nachdenken bringen können. Was wir hier sehen, ist das Meereseis, in dem Fall in der Antarktis. Und was man sieht, ist, dass es eine jahreszeitliche Schwankung gibt. Das ist natürlich jetzt in dem Fall im Winter, das ist ja dann dort der Sommer auf der Südhalbkugel, ist das Meer und in unserem Sonne, also dort im Winter, gibt es da mehr Eis, das ist ganz klar. Aber Sie sehen jetzt hier, dass innerhalb der letzten 40 Jahre, dass jedes Jahr so um einen gewissen Mittelwert geschwankt ist. Und jetzt sehen Sie die 2023er Linie bis zum September. Ich glaube, man muss nicht mathematisch gebildet sein, um zu sehen, dass diese Linie wirklich anders verläuft. Und darüber sollten wir uns alle große Sorgen machen. Und das ist ein Bereich, wo KI wirklich helfen kann, in vielfältiger Hinsicht. Und was wir hier hinbekommen müssen, in NRW, in Deutschland, in Europa, ist von der Art von Industrie, die auf diesen eindrucksvollen Gruben und dem, was man da rausholt, beruht. Hier ist der Hambacher Forst aus der Luft gesehen, relativ nah von hier. Davon müssen wir weg und wir müssen hin zu KI-getriebener Wirtschaft, die einfach nachhaltiger funktioniert. Und dazu ist die wesentliche Frage, welche Art von KI wollen wir eigentlich? Und das ist keine technische Frage. Das ist erst mal eine soziale Frage, die aber dann ganz viele technische Konsequenzen hat. Und das ist menschzentrierte KI. Wir wollen KI, die menschliche Intelligenz nicht ersetzt, sondern erweitert und ergänzt. Wir wollen KI, die menschliche Fehler und Schwächen ausgleicht, statt sie einfach nur nachzubilden. Und da sehen Sie schon, AGI, die Art von KI, die Chat-GPT zugrunde legt, die versucht ja, Menschen nachzubilden, auch in ihren Fehlern und Schwächen. Das brauchen wir gar nicht, das wollen wir gar nicht. Wir wissen genau, wie wir mehr Menschen erzeugen können. Das ist ein Prozess, der macht erst Spaß, dann dauert er neun Jahre und dann hat man ungefähr 18 Jahre ein bisschen Erziehungsarbeit, also sogar ziemlich viel. Und danach hat man dann noch einige Jahrzehnte an weiterer Ausbildung, Weiterbildung und so weiter. Das Lernen hört ja nie auf. Wir wissen, wie das geht mit Menschen, also so ungefähr. Da gibt es auch noch viel Verbesserungspotenzial. Aber das müssen wir nicht in Maschinen nachbilden. Was wir in Maschinen nachbilden müssen, sind genau die Arten von Fähigkeiten, die uns selber schwerfallen. Und das ist dann auch viel einfacher, sozialverträglich, transparent und sicher hinzubekommen. Und damit kommen wir zum Thema der vertrauenswürdigen KI. Da gibt es ja sieben Kriterien der EU. Ich will da jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber ich will sie einmal wenigstens kurz angesprochen haben. Vorrang menschlichen Handels und menschlicher Aufsicht, ganz wichtig. Das ist auch wieder etwas, deswegen wollen wir Menschen nicht ersetzen, weil nämlich dann dieser Vorrang des menschlichen Handelns nicht mehr sichergestellt ist. Wir brauchen technische Robustheit und Sicherheit. Wir brauchen Datenschutz und Datenqualitätsmanagement. Wir brauchen Transparenz. Wir brauchen eine Unterstützung von Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness, was im maschinellen Lernen auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Wir brauchen gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen, was auch durch die Entwicklung von KI gefördert und nicht erodiert wird. Und wir brauchen eine Rechenschaftspflicht. So, und jetzt gucken wir, was ChatGPT und BART und diese ganzen Systeme an diesen Kriterien erfüllen. Und das ist im Wesentlichen nichts. Ja, nichts. Und das ist die technische Herausforderung unserer Zeit. Diese Systeme sind nützlich. Ich sage nicht, benutzen Sie die nicht. Ich sage nur, seien Sie sich darüber im Klaren, wenn Sie die benutzen. Denn diese Systeme genügen keiner einzigen dieser Kriterien, die die Europäische Union sehr vernünftigerweise und nach langem Überlegen als Grundlage von vertrauenswürdiger KI definiert hat. Und unsere technische Herausforderung in der Informatik, in der KI ist, Systeme zu bauen, die da besser sind. Und an der technischen Robustheit und Sicherheit arbeiten wir zum Beispiel bei mir am Lehrstuhl. Und das hat ganz viel damit zu tun, welche Zukunft wir eigentlich wollen. Wollen wir sowas, was man im Englischen salopp, all out, anything goes, happy go lucky AI, also sowas wie KI um jeden Preis, wie auch immer. Wollen wir das oder wollen wir menschenzentrierte, vertrauenswürdige KI? Wollen wir KI-Einsatz primär zur Profitsteigerung, also AI for Profit auf Neudeutsch, oder wollen wir stark gemeinwohlorientierten KI-Einsatz? Das wäre dann sowas wie AI for good, AI for all. Wollen wir akzeptieren, dass wir eine technologische Abhängigkeit von KI, die woanders produziert wurde, AI made elsewhere, also zum Beispiel von Microsoft, OpenAI, Google haben? Oder wollen wir Autonomie und Wohlstand durch AI made in NRW, in Deutschland, in Europa haben? Und das ist hier keine wirkliche Dichotomie. Also ich will nicht sagen, Google und Microsoft sollen keine KI entwickeln. Natürlich sollen die das, das ist auch nützlich, das sollte man sogar unterstützen. Aber die sollten nicht die einzigen sein, die das auf einem weltweit führenden Niveau machen. Es sollte da immer Alternativen zu geben, damit man sich nicht von einem Anbieter abhängig macht. KI, darüber wurde auch schon in dieser Serie geredet, ist nicht wertneutral. Und was ich dazu sagen möchte ist, KI basiert zunehmend auf impliziten Weltmodellen. Ich habe vorhin kurz erklärt, wie ChatGPT funktioniert. ChatGPT ist ein Weltmodell, kein gutes Weltmodell, überhaupt kein gutes Weltmodell. Es ist kein gutes Weltmodell, weil es zum Teil auf falschen Fakten und fragwürdigen Fakten basiert. Und übrigens ChatGPT basiert einen ganz starken Teil auf Daten, die man datenschutzrechtlich in der EU niemals hätte verwenden dürfen, um so ein großes KI-Modell zu trainieren. ChatGPT kann auch keine logischen Schlussfolgerungen schließen und kann deswegen die Teile der Welt, die am besten durch Logik beschrieben werden, nicht gut abbilden. Aber es ist trotz allem, wenn auch ein schlechtes und schwaches ist, ein Weltmodell. Und diese Weltmodelle werden besser und nützlicher. Und natürlich ein Weltmodell hat Werte. Die Eigenschaften von den Modellen sind natürlich abhängig von den Eigenschaften der zugrunde liegenden Trainingsdaten. Und dann ist es besonders problematisch, wenn man solche Modelle einsetzt in Bereichen, in denen die Grundwerte, die darunter liegen, sich von denen in den USA zum Beispiel oder in China deutlich unterscheiden. Und was uns betrifft, unterscheiden sich, ohne das Werten zu wollen im Übrigen, diese Grundwerte unterscheiden sich bei uns in Europa von denen in den USA und China zum Beispiel im Gesundheitswesen, im Bildungswesen und in der Strafjustiz. Und wenn man dann natürlich KI-Systeme hat, die auf diesen anderen Werten basieren, dann sind die nicht gut in Einklang zu bringen mit dem Einsatz für und in unserer Gesellschaft. So, was ist zu tun? Wir brauchen Regulierung. Wir brauchen die europäische KI-Verordnung, den REI. Aber den muss man vernünftig aufgleisen, was gar nicht so einfach ist und zurzeit höchst umstritten. Wir brauchen Investitionen in die KI-Forschung und Entwicklung in Deutschland und Europa. Wir brauchen Ausbildungs- und Forschungsprojekte, Rechen- und Dateninfrastruktur und Industrieförderung. Und daher ist es gut, dass die Europäische Union investiert. Die sollte sogar noch viel mehr investieren. Es ist gut, dass die deutsche Bundesregierung investiert und es ist auch gut, dass die Landesregierung in NRW investiert, wobei gerade dort sollte man erheblich mehr investieren. Wir brauchen Bildung, Weiterbildung und Aufklärung im Bereich KI. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen global konkurrenzfähige KI-Forschung und Entwicklung an öffentlichen Institutionen, damit wir sowas wie ChatGPT eben auch in Europa bauen können und zwar besser und zuverlässiger bauen können. Und dazu brauchen wir, so meine ich, in der EU eine Art CERN für KI, eine Großforschungseinrichtung, die die Rechenpower hat und auch das Talent und die Konzentration von Rechenpower und Talent, wie man sie im Bereich der Elementarteilchenphysik am CERN hat, das brauchen wir für die KI und das wäre schön, das in Europa zu haben. Wir brauchen in Deutschland eine Ausbau und eine stärkere Vernetzung der KI-Kompetenz und in NRW brauchen wir eine Bündelung und Förderung von KI-Kompetenz, wie zum Beispiel das in Bayern, in Baden-Württemberg, in Hessen und im Saarland schon ein bisschen besser gestaltet worden ist. Aber da sind wir an der RWTH sehr gut dabei, auch mit unseren Partnern an anderen NRW-Standorten. Zum Beispiel wollen wir da und hoffen wir auch sehr eng mit der Uni in Bonn, mit der Universität in Dortmund und mit den Fraunhofer-Instituten in Bonn und Dortmund zusammenzuarbeiten. Und natürlich auch mit dem Forschungszentrum Jülich. Und der Fokus dabei sollte nicht nur für die RWTH, sondern generell für KI in Deutschland und in Europa auf Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Allgemeinwohl liegen. Das steht uns gut und das ist das, was unsere Gesellschaft und auch unsere Wirtschaft braucht. So, um das Ganze auf eine etwas leichtere Note abzuschließen. In Aachen haben wir ja nicht nur Karl den Großen, sondern auch Karl den Kleinen. Und zur KI-Woche wurden jetzt extra ein paar Karl-der-Kleine-Strips für uns hier in Aachen am KI-Zentrum der RWTH produziert. Das ist eine davon. Herzlichen Dank auch hier nochmal an Neufried, der das für uns gemacht hat, dem Künstler. Und hier sagt Karl der Kleine, sehr jahreszeitlich gemäß auch die KI muss mit einer Unmenge von Daten gefüttert werden, um all diese unglaublichen Dinge hervorbringen zu können. Ich muss dafür nur ein paar Printen futtern. Wir hatten unsere KI-Woche, ich habe die eingangs schon erwähnt. Da ging es um Forschung, Umsetzen, Erleben. Es gab Vorträge, Diskussionen. Es gab auch Spaß für die ganze Familie. Es gab viel Karl der Kleine. Wenn Sie das verpasst haben, machen Sie sich keine Sorgen. Wir machen noch weitere Veranstaltungen vom KI-Center. Herr Nagel hat es schon gesagt. Das KI-Center gibt es jetzt zwar schon ein kleines bisschen länger, als ich an der RWTH bin. Also ich bin keiner der Mitgründer. Aber als ich und ein paar andere Leute dazugestoßen sind, haben wir sozusagen dann kritische Masse erreicht mit den exzellenten Leuten, die sowieso schon vorher auch hier waren. Und die sind wirklich exzellent. Deswegen bin ich auch unter anderem an die RWTH gekommen. Und diese kritische Masse hat jetzt dazu geführt, dass wir halt auch eine ganze Menge von tollen Initiativen und Aktivitäten haben. Und ich denke, dass da werden Sie auch noch einiges von hören und einiges miterleben können. So, ganz zum Schluss. Nochmal zurück zu Sonnex-Syperi. In der Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern man soll sie möglich machen. Und genau das ist das, was wir mit der KI hier an der RWTH in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa tun wollen und auch tun werden. Und zwar die Art von Zukunft, die von der KI profitiert und die Art von KI, die unsere Zukunft lebenswerter und weniger sorgenreich macht, statt uns zusätzliche Sorgen über die Zukunft zu bescheren. Damit herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das eine oder andere war interessant für Sie. Und ich denke, Herr Nagel, wir haben auf jeden Fall eine Viertelstunde Zeit für Fragen, vielleicht sogar 20 Minuten. Nicht wahr? Ja, also vielen herzlichen Dank für den Vortrag, der mir in verschiedener Hinsicht bemerkenswert erschien. Zum einen gab er eine recht schöne Übersicht über das ganze Gebiet. Zum Zweiten waren da eine ganze Reihe von selbstkritischen Untertönen zu spüren, die man nicht in jedem KI-Vortrag hört. Zum Dritten war die Verbindung mit dem Menschen dauernd zu spüren. Das heißt, das wird nicht eine große Lawine geben und dann wird alles ersetzt, aber es wird eine Reihe von Schritten geben, wo man was tun kann in Verbindung zwischen KI und Mensch. Insoweit darf ich mal gleich unverschämterweise die erste Frage stellen. Wenn man jetzt diese Aspekte sieht, gibt es dann sowas wie eine ungefähre Vorhersage, wo man sagt, so in drei Jahren sind wir da, in fünf Jahren sind wir da, in zehn Jahren sind wir da, in 20 Jahren sind wir da. An sinnvollen Beispielen, was man mit der KI machen kann. Ja, das ist sehr schwierig, würde ich mal sagen. Also ein Bereich, in dem man ja schon gesehen hat, wie schwierig das ist, da die Zukunft vorherzusagen, ist das autonome Fahren, wo man schon seit 15 Jahren sagt, innerhalb von drei, vier, fünf Jahren hat man autonome Autos überall und die Vorhersagen waren bislang immer daneben. Also deswegen wäre ich da jetzt mal eher ein bisschen zurückhaltend mit solchen Zukunftsvorhersagen. Ich meine, ich denke, eine ganz wichtige Sache, die jetzt als nächstes passieren muss, ist, dass man eben KI-Systeme baut, die vertrauenswürdig sind, anhand dieser sieben Kriterien. Ich denke, wir haben gute Chancen, technisch robustere Systeme schon innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre zu erzeugen. Sind die robust genug, um sie zum Beispiel in kritischen Bereichen wie in der Medizin einzusetzen? Ja, in gewissem Maße schon, da wird ja auch schon KI eingesetzt. Aber werden wir eine Version von CHAT-GPT haben, die man dort so richtig ohne Bedenken einsetzen kann? Da bin ich mir nicht so sicher. Da braucht es eine ganze Menge Forschung, von der zurzeit niemand so richtig weiß, wie sie zu bewerkstelligen ist. Das würde ich mal als große Herausforderung bezeichnen. Zurück zum autonomen Fahren. Hier würde ich eine Vorhersage machen und die ist, dass selbst innerhalb der nächsten fünf Jahre man immer noch nicht vollautonom fahren kann. Zumindest nicht auf europäischen Straßen und europäischen Städten. In Kalifornien gibt es ja Modellversuche, die so la la funktionieren, würde ich mal sagen. Nur ist Fahren in Nordamerika im Grunde genommen viel, viel einfacher, auch in nordamerikanischen Städten, weil die viel regelmäßiger aufgebaut sind. Und weil es dort auch im Grunde genommen einfach viel mehr Platz gibt. Also ich denke, wer jetzt Optimist ist beim autonomen Fahren und mir sagt, aber Herr Roos, das ist ganz sicher, sind wir doch ganz kurz davor. Den würde ich auffordern und ermutigen, mal mit dem Auto zum Berufsverkehr in die Innenstadt von Neapel zu fahren. Und dann, während man das dort navigiert, darüber nachzudenken, was es bräuchte für ein Computersystem, das Auto hier sicher zu steuern. Und da liegt die Latte beim autonomen Fahren. Und deswegen würde ich jetzt gleich hier sofort eine Wette eingehen. Innerhalb von fünf Jahren haben wir das nicht gemeistert. Vielleicht verliere ich sie. Was ich aber glaube, innerhalb von fünf Jahren, um mal in diesem generellen Feld Transportwesen zu bleiben. Ich glaube, innerhalb von fünf Jahren wird man Frachtflugzeuge vom Terminal zum Terminal vollautonom fliegen können. Weil interessanterweise ist es zwar für Menschen schwieriger, als Flugzeuge zu fliegen, als Autos zu fahren. Es für die Maschine aber leichter ist. Das sind zwei Vorhersagen, da würde ich mich wohl mit fühlen. Natürlich, was alle Leute immer wissen wollen, ist, wie lange dauert es, bis man AGI hat. Hier wäre meine Hoffnung, meine wirkliche Hoffnung, dass es innerhalb der nächsten 50 Jahre nicht passiert. Denn ich denke, wir sind nicht bereit. Weder auf der technischen Seite noch auf der gesellschaftlichen Seite sind wir bereit für AGI, für allgemeine künstliche Intelligenz. Prima, danke. Jetzt ist die Fragestunde offen. Wir haben knapp 20 Minuten Zeit, aber keine Angst. Diejenigen, die nicht zu Fragen kommen, können die hinterher aufzeichnen und es wird eine Videoaufzeichnung der Antworten geben. Also jetzt bitte möglichst zügig fragen. Genau, ich will nur sagen, wenn Sie Fragen haben und Sie nicht mehr drankommen, wir werden, wie heißt es, wir werden das Zoom-Meeting etwas länger laufen lassen. Also Professor Hoes wird uns dann verlassen, aber das Zoom-Meeting wird noch ein bisschen länger dauern. Dann können Sie Ihre Fragen noch in den Chat schreiben und wir werden den Chat dann speichern. Und dann werden wir, also geplant ist, dass wir Ihre Fragen dann in einem separaten Video beantworten und das Video dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch separat auf YouTube hochladen. Da müssen wir mal gucken. Ist leider heute was passiert und deswegen können wir nicht länger bleiben. Ich will das auch ganz kurz sagen, also das tut mir wahnsinnig leid. Ich habe morgen früh einen wichtigen Termin bei der Vizepräsidentin der Europäischen Union, muss deshalb nach Brüssel und die Deutsche Bahn hat es mal wieder ziemlich schwierig gemacht, rechtzeitig nach Brüssel zu kommen, weil es da nämlich auch noch heute Abend eine Vorbesprechung gibt. Wenn das mit der Bahn besser funktioniert hätte, vielleicht hätte da KI helfen können, dann hätten wir bis 19 Uhr gehabt. So müssen wir heute uns leider ein bisschen beschränken. Aber jetzt zu den Fragen. Genau. Die erste Frage kommt von einer Person, die Zoom-Benutzer heißt. Ich schalte sie jetzt laut. Sie sind jetzt schaltet. Ja, hallo. Ich wollte fragen, wie kann ich mit einem YouTube-Kanal patronswürdige KI fördern? Also könnte ich irgendwie auf die Gefahren aufmerksam machen oder soll ich irgendwie so eine Art Fridays for Future für KI organisieren? Gut. Sie betreiben einen YouTube-Kanal. Wie kann man dafür sorgen, dass dieser YouTube-Kanal so eingesetzt wird, also ein YouTube-Kanal zum Thema KI, dass das verantwortungsvoll ist? Oder habe ich das falsch verstanden? Genau. Ja, richtig. Genau. Also, danke, dass Sie die Frage stellen. Das ist wahnsinnig wichtig, weil jeder interessiert sich für KI und Leute, die als Multiplikatoren dienen, wie Sie zum Beispiel, haben eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Ich würde Ihnen Folgendes eigentlich ans Herz legen. Unterscheiden Sie zwischen Leuten, die echte Expertise haben und Leute, die die nicht haben. Und basieren lassen Sie dann Ihren Kanal, was Sie da an Inhalten haben. Stellen Sie sicher, dass das auf kompetenter Information, Informationen aus kompetenter Quelle basiert. Ja. Und ich würde heutzutage einfach mal sagen, die einzige KI-Kompetenz, technische KI-Kompetenz, die zählen sollte, sind Leute, die entweder im Bereich KI promoviert haben oder mindestens ein Master im Bereich KI gemacht haben. Da gibt es noch nicht so viele, weil die Masterprogramme im Bereich KI noch nicht so alt sind. Alle anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich ein bisschen mit Vorsicht genießen. Natürlich gibt es Leute, die so einen Abschluss nicht haben. Aber da muss man dann genau gucken, dass die nicht wirklich Leute sind, die sich gestern Abend von ChatGPT haben erklären lassen, wie ChatGPT funktioniert. Sie verstehen, was ich meine, oder? Ja, schon. Genau. Also seien Sie einfach kritisch und skeptisch gegenüber den Quellen, die Sie benutzen und den Meinungen, die Sie da zu Wort kommen lassen und den Fakten, auf denen Sie das alles basieren. KI ist eine Wissenschaft und genau wie jede andere Wissenschaft gibt es dort halt ausgewiesene Expertinnen und Experten und an denen und deren Arbeit sollte man sich stärker orientieren als an den anderen Dingen. Das wäre mein Rat. Erst warum den Nächsten, bitte? Ja, Nico Hilbrandt ist das Nächste dran. Ich stelle Sie jetzt laut. Sie sind jetzt lautgestellt. Genau, erst mal danke für den Vortrag. Das war sehr interessant. Genau, also meine Frage wäre es, wie wir möglichst defensive Technologien beschleunigen können und da genau spezifisch auch, wie optimistisch Sie sind, dass automatische Verifikation oder andere KI-Methoden dabei helfen können, kritische Infrastruktur wie Militärsysteme, DNA-Synthese-Maschinen und weiteres zu schützen. Genau, um halt irgendwie Missuse von Bad Actors oder von Kami-Modellen selber zu verhindern. Ja, super Frage, Herr Hilbrandt. Ganz herzlichen Dank. Also als allererstes möchte ich dazu sagen, generative KI und maschinelles Lernen wären gar nicht möglich ohne Hardware, die von genau diesen deduktiven Methoden verifiziert worden sind. Das ist das Erste, was man sagen sollte. Also das, was wir heutzutage schon haben, das ist schon das Produkt vom Einsatz solcher Methoden aus der KI, aus dem Bereich automatisch zu schließen. Und ich sehe für diese Methoden, wo wir übrigens an der RWTH auch fantastische weltweit führende Kompetenz haben, nämlich mein Kollege Josef Peter Cartoon, das ist da ein ganz führender Experte, da sehe ich eine ganz wichtige Zukunft für diese Methoden. Also ich denke, wir werden innerhalb der nächsten Jahre deutlich sehen, dass Software, zumindest wenn sie verantwortungsvoll hergestellt wird, nämlich von Expertinnen und Experten und nicht von ChatGPT, dazu auch noch gleich was, und dann vernünftig verifiziert wird, dass diese Software wirklich korrekter funktionieren wird und damit auch in den kritischen Bereichen, die sie zu Recht angesprochen haben, besser einsetzbar wird und wo man sie halt auch einfach ohne das Risiko einsetzen kann. Also das sehe ich ganz deutlich, weil diese Methoden auch enorm erstarkt sind in den letzten 20 Jahren. Das wissen noch so viele Leute, weil das irgendwie nicht so sexy ist, aber auch dort hat es enormen Fortschritt gegeben. Und ich denke, durch das geschickte Verheiraten dieser Methoden und der maschinellen Lernmethoden, was jetzt schon passiert, kommt man da auch noch wesentlich weiter. Und das ist was, wo mein Lehrstuhl sich unter anderem mit beschäftigt, so wie auch der Lehrstuhl von Herrn Cartoon und einiger anderer Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel auch hier im grenznahen Ausländern, unseren Partneruniversitäten in Eindhoven und in Löwen. Also da, glaube ich, werden wir wirklich rasanten Fortschritt erleben, der dazu führt, dass diese Systeme vertrauenswürdiger sind. Ganz kurz aber zum Thema Programmieren und Chat-GPT. Also mir läuft es immer wirklich kalt den Rücken runter, wenn ich insbesondere jetzt Leute aus der Wirtschaft höre und ich will denen da gar keinen Vorwurf machen, weil natürlich es gibt ja diesen ganzen Hype und diese ganzen Werbeaussagen und die glauben das dann halt mal, weil sie es vermutlich auch zum Teil einfach nicht besser wissen. Aber da gibt es ganz viele Leute, die sagen, ach, der Programmierermangel ist ja alles gar nicht schlimm, weil in Zukunft schreibt uns die Software Chat-GPT oder Codex oder sowas. Und dazu muss ich sagen, wir haben jetzt gerade am Lehrstuhl eine Studie dazu durchgeführt, deswegen kann ich Ihnen das sogar kompetent sagen, die Qualität der Software, insbesondere in Bezug auf Sicherheitslücken, Korrektheit und Effizienz, also Energieverbrauch, die man aus Chat-GPT und ähnlichen Modellen, selbst auch aus Modellen, die auf Programmierung spezialisiert sind, derzeit rauskriegt, ist bedenklich schlecht und zwar so schlecht, dass man dieses Zeug eigentlich nur in der Hand kompetenter Programmiererinnen und Programmierer anwenden sollte, die dann alles gründlich prüfen und verbessern müssen, in der Hand von Leuten, die davon keine Ahnung haben oder wenig Ahnung haben. Also sagen wir mal jemanden, der einen armen Volkshochschulprogrammierkurs gemacht hat und jetzt nicht zufällig gerade ein Genier auf dem Gebiet ist, sind diese Werkzeuge äußerst gefährlich, weil man relativ schnell Software erzeugen kann, die einigermaßen korrekt ist, aber auch nur einigermaßen. Also es könnte sein, wenn wirklich in der Wirtschaft diese Methoden eingesetzt werden, um Software breit zu erzeugen, dass wir, obwohl die Methoden zur Verifikation immer besser werden, leider in einem Meer von inkorrekter Software so ein bisschen ertrinken, die durch die, sagen wir mal, nicht besonders sinnvolle und nicht verantwortungsvolle Einsatz dieser automatischen Programmierwerkzeuge kommen. Okay, bitte weiter. Ja, wir haben nochmal eine Frage vom, wie heißt es, vom Herrn von eben. Ich schalte sie wieder laut, eine Sekunde. Ja, ich wollte fragen, wenn jetzt jemand mit einer Promotion begründet, bestimmte Gefahrenaspekte von CGPD darüber informiert, ist es psychologisch sinnvoll, die Menschen in Angst zu versetzen? Also das würde für viele Klicks sorgen, aber bringt das was oder ist das etwas, was daneben geht? Ja, das ist auch eine sehr intelligente Frage. Herzlichen Dank, dass Sie die stellen. Weil es gibt, ehrlich gesagt, unter Expertinnen, unter weltweit führenden Expertinnen und Experten zur Zeit eine große Debatte, die zum Teil leider auch an der Öffentlichkeit stattfindet, was ich persönlich nicht gut finde. Also eigentlich sollte die erstmal, ich will nicht sagen hinter verschlossener Tür, aber in der Expertenrunde stattfinden. Und dann sollte man sich überlegen, was man der Öffentlichkeit erzählt. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Lager. Es gibt ein Lager von Leuten, die sagen, Human-Level General Artificial Intelligence is just around the corner. Also mit anderen Worten, das könnte schon nächstes Jahr passieren. Diese Ängste werden zum Teil auch von der darin investierten Industrie geschürt. Und natürlich macht das den Leuten Angst. Und dann gibt es Leute, die sagen, naja, das passiert eh überhaupt gar nicht. Wir können machen, was wir wollen. Wir brauchen auch keine Regulierung. Und dann gibt es eine ganze Menge Zwischenpositionen. Ich denke, diese Extrempositionen sollten einen immer nachdenklich machen. Die sind in der Regel nie wirklich richtig. Ich gehöre aber ehrlich gesagt schon zu den Leuten, die sagen, so wie vorhin auch im Vortrag, genau wie ich finde, dass es nützlich ist, dass promovierte Leute, in dem Fall Astrophysiker, Physiker und Ingenieure, sich Gedanken darüber machen, wie man mit dem Risiko eines Asteroideneinschlags auf der Erde umgeht, selbst wenn er mit großer Wahrscheinlichkeit erst lange, lange nachdem wir alle nicht mehr sind, stattfindet. Genauso finde ich, sollte es Leute geben, die sich professionell über die Risiken, die mit starker KI verbunden sind, Gedanken machen. Aber muss die Öffentlichkeit deshalb große Angst davor haben? Ich glaube nicht wirklich. Die Öffentlichkeit sollte Bedenken haben bezüglich anderer Dinge, die ich hoffentlich auch im Vortrag gut angesprochen habe. Zum Beispiel auch das, was ich gerade erwähnt habe, nämlich diese fälschliche oder irreführend oder irregeleitete Benutzung von ChatGPT bei der Softwareerstellung zum Beispiel. Da sollte man wirklich Angst vorhaben. Also naja, nicht Angst, aber man sollte sich Gedanken darüber machen. Man sollte Bedenken haben. Man sollte auch dafür sorgen, dass vielleicht es dort Standards gibt, die es verhindern, dass nicht ausgebildete Leute damit Software erzeugen, die dann zum Beispiel von der Bank eingesetzt wird oder auch nur von der Werbeagentur. Das wollen wir einfach nicht, weil das auch für die Menschen nicht gut ist. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, danke. Okay, dann noch eine Frage von Annika Strupp. Ich schalte Sie jetzt. Oh, ich kann Sie gar nicht laut schalten. Ich bitte Sie, Ihren Ton einzuschalten. Dann können Sie sich selber laut schalten. Dankeschön. Vielen Dank. Das schließt vielleicht so ein bisschen an die Frage der Softwareentwicklung an. Halten Sie es für realistisch, dass in absehbarer Zeit, das betrifft jetzt wahrscheinlich die Sprachverarbeitung und Textverarbeitung, in der Mensch-Maschine-Kommunikation oder auch im Datenaustausch, dass wir keine Programmiersprachen oder Auszeichnungssprachen oder semantischen Datenmodelle mehr brauchen und wir sozusagen alles von der menschlichen Seite her mit der natürlichen Sprache kommunizieren können und die Maschine uns alles so strukturiert, wie wir es brauchen? Ja, herzlichen Dank für die Frage, Frau Strupp. Das ist eine wirklich exzellente Frage. Das sehe ich so ein bisschen wie beim autonomen Fahren und beim autonomen Fliegen. Also ich glaube, es wird zunehmend Bereiche geben, wo man das auch mit gutem Gewissen so handhaben kann. Also ich denke, das sieht man ja schon jetzt. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Sie haben zum Beispiel irgendwie eine Sammlung von Daten, die ein bisschen, sagen wir mal, unsauber formatiert ist. Das ist jetzt nicht gerade durch Kommas abgetrennt, sondern manchmal ein Komma, manchmal ein Semikolon, manchmal noch ein paar Leerzeichen dazwischen. Aber als Mensch sieht man sofort, wie das Ganze in Spalten einzuteilen ist, um es zum Beispiel in Excel zu importieren. Und solche Sachen macht ja ChatGPT heute schon ziemlich gut, damit umzugehen. Und bei solchen Sachen ist es auch sehr einfach, wenn man zumindest mal ein bisschen kritisch draufguckt, Fehler zu erkennen. Und ich denke, in solchen Bereichen geht die Reise eindeutig dahin, wo Sie auch gerade gesagt haben, nämlich, dass man eben nicht mehr programmieren muss. Und das finde ich auch gut. Es gibt andere Bereiche, wo ich denke, dass die menschliche, im Wesentlichen händische Programmierung und Kodierung auch von Semantik noch lange, lange spezielle Kenntnisse und spezielle Formalismen erfordern wird. Lange, lange, wie in bestimmt für die nächsten 10, 15 Jahre. Aber diese Bereiche werden schrumpfen. Das ist meine Einschätzung. Ich hoffe, das hilft Ihnen ein bisschen. Herr Stach und Herr Leupers hat im Chat eine Frage gestellt. Ja, die habe ich gesehen. Soll ich die vorlesen? Ja. Okay. Benötigen wir nicht auch neue Hardware, um den enormen Energieverbrauch von KI zu minimieren? Absolut. Und wenn das der Herr Leupers ist, von dem ich glaube, dass das ist, dann kommt die Frage ja aus kompetenter Richtung. Ich glaube, der Herr Leupers kennt sich damit sehr gut aus. Und er hat natürlich absolut recht, diese Frage zu stellen. Ja. Wobei ich immer auf der Position stehe, in anderen Vorträgen, die ich gebe, habe ich auch ein sehr schönes Beispiel dazu, dass man softwaretechnisch mindestens genauso viel Energie einsparen kann wie hardwaretechnisch. Weil nämlich natürlich jeder Berechnungszyklus, den man gar nicht erst laufen lassen muss, der spart ja auch Energie. Trotz allem bin ich der festen Meinung, dass gerade im Bereich von KI, was ja sehr, sehr rechenintensiv ist, auch wegen der großen Datenmengen und der schweren Probleme, die man da hat, ist es absolut essentiell, sowohl auf der Hardwareseite als auch auf der Softwareseite, als auch insbesondere im Zusammenspiel zwischen der Hardware und Software so viel Energie wie möglich zu sparen. Und ich denke, persönlich glaube ich, dass man auf der Hardwareseite genug sparen kann, dass es sich auf jeden Fall lohnt zu investieren in die Entwicklung KI-spezifischer neuer Hardware. Gut. Wir haben noch eine Frage von Herrn Hilbrand. Ich schalte sie wieder laut. Genau. Also meine Frage wäre, wie wir das Alignment-Problem lösen können, also sicherstellen können, dass falls wir KI-Agenten mit Zielen entwickeln, diese dann Ziele lernen, die mit unseren kompatibel sind und genau nicht das Problem aufkommt, dass sie Ziele in den Trainingsdaten lernen, die dann aber falsch generalisieren, wie beispielsweise das Ziel, möglichst hohen Reward oder möglichst viel positives Feedback zu bekommen. Ja, danke für die Frage. Also meine Antwort hat zwei Teile. Der erste Teil ist, rein technisch gesehen, ist die Datenqualität einfach super entscheidend. Und das, was Microsoft OpenAI gemacht hat, nämlich im Prinzip erstmal alles reinzuschmeißen, ist halt, glaube ich, nicht der Weg dazu, dass man nachher was Vernünftiges rauskriegt. Es gibt da ein schönes Beispiel. Im Bereich automatische Übersetzung war bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor ein paar Jahren eigentlich Google Translate so ein bisschen der Goldstandard zumindest von dem, was frei verfügbar war. Und dann hat ein deutsches Startup namens DeepL es tatsächlich geschafft, Google auf diesen Bereich zu schlagen. Wie haben die das gemacht? Google hatte im Prinzip fast alle Daten der Welt und DeepL hatte das nicht. Die haben das gemacht, soweit ich weiß zumindest, indem sie einfach sehr, sehr sorgfältig hochqualitative Daten zusammengestellt haben. Also weniger Daten, sorgfältiger ausgesucht, denke ich, ist eine gute Strategie übrigens auch, um Energie beim Lernen zu sparen. Der zweite Aspekt des Allignment-Problems ist aber das, was man häufiger mal im Zusammenhang mit AGI hört, also mit starker KI. Und das ist die Frage, wie kriegt man das hin, dass die KI-Systeme, so sie denn überhaupt irgendeine Art von Intentionalität oder Werten beinhalten. Und ich habe ja gesagt, wertneutral sind wir nie. Dass das halt mit unseren menschlichen Werten möglichst gut übereinstimmt. Und da geht es nicht nur um die Daten, sondern ich will es mal ganz grob vereinfacht sagen. Das ist einer der Gründe, weshalb man keine AGI-Systeme erzeugen sollte, zumindest nicht zum derzeitigen Zeitpunkt, weil eigentlich niemand eine gute Antwort auf das Allignment-Problem hat. Nun gibt es Kollegen, berühmte Kollegen, wie zum Beispiel Stuart Russell, der sagt, er hat eine Lösung für das Allignment-Problem. Ich muss ehrlich sagen, so sehr ich Professor Russell schätze, an seine Lösung glaube ich nicht. Das, was er da vorschlägt, wäre keine wirkliche AGI. Und das ist dann vielleicht auch besser, sondern es wäre so eine Art AGI an die Kette gelegt. Ich finde es aber problematisch, schon den ganzen Grundansatz zu verfolgen, Systeme zu machen, die möglichst menschähnlich sind. Weil wie schon vorhin gesagt, ich glaube, die KI-Systeme, die die Menschheit braucht, die wir brauchen, sind nicht KI-Systeme, die unsere Stärken und Schwächen nachbilden, sondern es sind KI-Systeme, die unsere Schwächen ausgleichen und uns sozusagen komplementieren, die uns zusammen mit den KI-Systemen besser machen. Und das machen KI-Systeme dann besonders gut, wenn sie stark sind in dem, in dem wir schwach sind. Und dazu müssen sie vielleicht auch nicht überall stark sein in den Dingen, in denen wir schon stark sind. Vielen Dank. Ich glaube, wir können das so auch als Fazit des heutigen Vortrags betrachten. Wir müssen die Diskussion jetzt leider schließen. Gute Reise nach Brüssel. Herzlichen Dank. Ich sehe gerade, mein Zug hat angeblich zehn Minuten Verspätung, sagt die Deutsche Bahn. Aber ehrlich gesagt, auch darauf möchte ich mich nicht wirklich verlassen und deswegen lieber mal trotzdem gleich zum Bahnhof eilen. Ich danke Ihnen, Herr Nagel, für die Gelegenheit, den Vortrag zu halten. Vielen Dank, Herr Stachmann, für den technischen Support und die Unterstützung und allen, die anwesend waren für die Fragen und auch für das interessierte Zuhören. Ich hoffe, Sie haben das ein oder andere da rausgenommen, was für Sie auch interessant ist. Wie gesagt, ich werde versuchen, Fragen, die noch im Chat gekommen sind, im Nachhinein zu beantworten. Und wir werden das dann auch online stellen. Und ich hoffe, dass auch Leute, die sich das Video später angucken, irgendwas Interessantes in meinen Ausführungen finden. Damit ganz herzlichen Dank. Danke nochmal. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschö. Also wir machen jetzt einfach weiter. Sie können Ihre Fragen stellen, auch am besten in Ton. Wir zeichnen das dann auf und es wird die Antworten geben als Erweiterung des Videos. Ich bitte also jetzt um die weiteren Fragen, die noch nicht zum Zuge gekommen sind. Ich denke, es wäre besser, wenn wir die nur im Chat aufnehmen. Aber, also wir werden den Chat auf jeden Fall speichern. Wir lassen Sie noch 15 Minuten, ich denke mal 10 Minuten können wir Sie noch in dem Meeting lassen. Und falls Sie noch Fragen haben, stellen Sie sie einfach im Chat und wir sammeln die dann und versuchen Sie dann in einem separaten Video zu beantworten. Und dann können wir die Chatzeichen. Und dann können Sie sich das auch aufnehmen. Und dann können Sie sich das. Und dann können Sie das auch aufnehmen. Und dann können Sie sich das nicht unter dem Chatzen. Vielen Dank.